Die Einsätze in der Bergwälze sind immer ein Highlight für uns. Die ca. 3500 Meter, die wir hier sind, ist nicht alltäglich. Das macht Freude, weil es gibt Abwechslung. Aber es ist natürlich eine Härte zu arbeiten. Das Urstofffeld, das Wetterungsverhältnis, kalt und nass. Wir sind ein kompaktes Team, das plant und montiert. Wir sind eine Einheit sozusagen. Es ist motivierend, einmal so etwas zu machen. Wir sind ein kompaktes Team, das wir hier sind. Wir sind ein kompaktes Team. Wir sind ein kompaktes Team. Untertitelung des ZDF, 2020